Mahlzeit. Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit. Das nächste Chilifest findet statt in der Berliner Bergbrauerei. Die Daten schreibe ich euch noch in die Infobox und ihr könnt euch auf viele schöne Sachen freuen wie scharfe Soßen, Chili Tasting, schärfe Wettessen mal gucken ob ich dann Plätzchen kriege oder nicht wer weiß viele Sachen schicke Musik schöne Shows also wer Lust hat kommt vorbei ich bin auf jeden Fall da dann sehen wir uns bis dann